So, wir sind hier, ne? Ja, sehr nice! Pass auf, das heißt, wir gehen hier erst zurück. Was heißt zurück? Sondern den... Na gut, da werden wir, glaube ich, nicht hinkommen, aber gucken wir uns trotzdem gleich an. Bringt dat eigentlich wat, wenn ich mit denen hier spiel? Ey, warte mal, warte. Okay, nettes Gespräch. So, guck mal, hier haben wir doch... ...ein Shortcut, damit kommen wir doch bestimmt drüber, ne? Yes, baby! Sehr nice. Okay, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Leider nein, leider gar nicht. So, okay. Ups. Nala! Nala! Die ist hier drunter. Ja, ich weiß. Oh. Okay. Warte mal, kriegen wir den vielleicht hier direkt weg? doch zwei schuss so pass auf dann machen wir doch mal so hier friss und stirb bringt aber nicht wirklich viel jawohl die sind halt gegner ja ne kriegen wir die so platt stimmt ne ja 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 hat er mich jetzt getroffen oder oder fein gemacht so ja 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 Okay, hier haben wir aber kein... Keine, äh... Kein Teleporter. Nehmen wir mit. Okay... Schockgranate. Schockgranate. Die Granate erzeugt eine elektrische Entladung, die allen getroffenen Gegnern innerhalb von fünf Metern Zermürbung zufügt und sie niederschlägt. Erhöht deine maximale Einsätze um eins. Aber Schockgranaten hatten wir doch noch gar nicht, oder? Warte mal, muss ich gucken. Ne, wir sind neu. Okay. 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 Mhm. 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 So, dann haben wir aber jetzt alles, ne? Der sieht ja auch gut aus hier, ne? Gucken wir mal, was wir da haben. Geil. Gucken wir mal. Also dafür, dass ich normalerweise keine Souls-like-Spiele zocke, finde ich ziemlich geil. Also wenn's im Game Pass ist, dann, äh, würde ich's da drüber zocken. So. Ich glaube, ne gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Mhm. Ja, perfekt. Gut, da ist ja noch einer. Ah, shit, wir hätten uns vorher nochmal ausruhen sollen. Da müssen wir hin. Pass auf. Wir holen uns aber auf jeden Fall den, die LP-Erhöhung. Oh Gott. Ja, perfekt. Ja, komm. Halt's Maul. Kenner, Alter. Was haben wir hier? Okay. So, aktivieren wir den hier. Oh, guck mal, da unten ist noch eine Münze. Die holen wir uns auch noch eben. Die Münze kann nach der Bewegung eine angrenzende Münze des Gegners verbarrikadieren. Sie kann sich dann aber in der nächsten Runde nicht bewegen und verbarrikadiert sich selbst. Okay. Hä? Anna, da oben ist da noch einer. Guck mal da. So. Warte mal. Ich hatte doch von außen hier noch irgendwo was gesehen, ne? Also von der anderen Seite. Da. Das heißt, wir müssen über die Brücke. Mhm. Ja, so nicht. Ja, perfekt. Fallschaden. So, haben wir. Okay. Da waren wir. Das heißt, wir müssen jetzt gleich noch da unten checken, ne? Ja, alsoай hier, geschuted hier. Jawohl. Oh. Sehr geil. Ein, ganz schön. Oh, thank you, the Lord. Oh, thank you, the Lord. Schöner Vogel. Oh, hier ist ja auch noch einer, cool. Oh, da oben ist noch einer, der guckt zu mir. Da müssen wir gleich noch hoch. Und Sprengfass brauchen wir. Oh, da oben ist ja auch noch einer, der guckt zu mir. Okay. Okay. Wo kriegen wir jetzt das Sprengfass her? Na, hier oben waren wir ja. Genau, da war die Münze. So. Oh. 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 Ich bin sicher, dass ich diese Reise habe. Hier waren wir ja schon. Okay, da können wir nicht weiter. Guck mal, da oben liegt auch noch was drauf. Da oben ist das Fass. Nein! Fuck, 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 fuck. Ah, wieder falsch gedrückt. Hallo? Verrschte mich? Haha! Okay, gut, haben wir. So, da ist nichts. Sehr gut. Stand back this time, all right? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist die Nebenaufgabe. Und hier unten links haben wir auch noch eine Nebenaufgabe, ne? Seit die Toten aus Mongrütter ausgebrochen sind, ist es gefährlicher denn je, auch nur einen Fuß in die Gipfel zu setzen. Nur beschließt einer Familie inmitten des Chaos zu einem Wiedersehen zu verhelfen. Pass auf, gucken wir, dass wir die erst fertig machen. Hallo? Ja, also der Controller vibriert aus allen Löchern. So. So. Wie kommen wir denn da hin? Oh, ein bisschen zu früh. Ja, genau. Okay, das machen wir dann direkt nochmal neu. Okay. Ja, ich hänge wieder. Ja, das nervt so ein ganz klein bisschen. Das ist die falsche Richtung. Hä, wie kommen wir denn da hin, ja? Okay. 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 So, warte mal. I'm sure you'll find a use for it. Oh, scheiße. Okay. Easy. Copy. Okay, die Münze haben wir. Okay. 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 Nehmen wir mit. Okay. 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 Müssen wir gleich nochmal gucken, was wir hier für unsere Feueraxt brauchen, um die noch einen aufzupimpen. Ich meine, die 4000 Punkte wären dafür wahrscheinlich... Oh, guck mal da. Warte mal. Werden dafür wahrscheinlich nicht reichen. So, den haben wir. Okay, wir können weiter. Warte mal. Der Köter springt wieder runter. Okay. 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 So, guck mal, hier ist schon. Drehe ich um, du hässlige Vieh. Ja, ha, 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 ha. Boah, bin ich behindert. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Ah, interesting. Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Da. Na, guck mal, wir können noch bis hier hoch gehen, ne? Ja, im Laufen. Ja, genau. Okay, Sprengfass brauchen wir. Schmeckt. Ich wollte doch sagen, ich habe noch einen verdammten Vogel gehört. Da haben wir das Sprengfass. So, wir können doch bestimmt noch hier rüber, ne? Okay. 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 So hässlich. So, okay. Äh, wo gehen wir lang? Eigentlich wieder nicht gut. So. Okay. So. Gut, da oben ist auch noch einer. So, dann gucken wir uns erst hier unten um und dann gehen wir da hoch. So. 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 You. So. Ja, komm. So, pass auf, wir gehen einmal hier zurück. Oh, er geht noch weiter hoch, ne? Okay, da ist nichts. Na, oh, fack, 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 warte, 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 warte. Da bin ich zu früh losgesprungen. Der hat gesessen. So, okay. So, okay. Voll gepennt jetzt. Hab ich da Vögel gehört? Alter, nur noch ein Heiltrank haben wir. Ja. Okay, ich meinte, wir haben gar keinen Heiltrank mehr. Okay. 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 Da ist ein Platz zum Ausruhen. Oh, da müssen wir erstmal hinkommen. Und die Feder ist da. Ne, das ist die Feder. Und das ist der Platz zum Ausruhen. Okay. 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 Mal ausruhen. Das ist besser. Da. Okay. Okay. Mal ausruhen. 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 ich habe ausweichen gedrückt meine fresse der kommt damit so kollege ich habe für dich ja warte erstmal die kiste erst die wichtigen sachen stein schloss pistole des magos schufa 1 gewöhnliche schusswaffe diese pistole feuert einen schuss ab der mit verzögerung einem zwei meter radius explodiert und allen getroffenen gegnern zermürbung zufügt gucken wir uns an vier schwarzpulver ladungen schaden 20 hier machen wir 72 drücke er zwei um einen sprengschuss abzufeuern der nach zwei sekunden explodiert aufgelandener schuss halte er zwei gedrückt um den radius der explosion auf bis zu vier meter zu erhöhen wir probieren die mal aus so kehre zu oberst zurück schnell reise so wo wisse oberst schweig 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 dass Aber Sie sehen uns sehr schnell. Ich erzähle, dass Sie von ihr daran denken. Als nächstes Mal einstehen. Sie werden? Oh, Gott. Und, äh... Whatever you are. Hier. Take this. Wir können... Uncle. Du hast diesen alten Mann einen großen Wunsch gemacht. Das ist das least, was ich konnte. Was haben wir erhalten? Koppelschoss? Was ist das denn? Knochenschlüssel. Dieser Schlüssel öffnet eine Wiedergängertruhe. Die Schüssel öffnet den Schlüssel. Der Schlüssel möchte ich da den Schlüssel öffnen. Der Schlüssel schlägt den Schlüssel. Die Schüssel öffnen die Unterlösung. Die, die die Handkomm操作iert und das die Wirklichkeit ersten Punkt aufgenommen haben. Die Schüssel öffnen Sie die Typhänze. Die Schüssel öffnen Sie die Schüssel öffnen Sie die Schüssel. Weißt du, wo ich den Schlüssel einsetze? Sensei? Wiedergängertruhe. Warte mal, wird mir das auf der Karte angezeigt? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay? Warte mal, wird mir das auf der Karte angezeigt? Und da der Enki-Feder, das Symbol. Aber ist schon geil. Dieser Schlüssel öffnet eine Wiedergängertruhe in der Nähe. Okay? 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 Scheiße, ey. Äh... Wo war denn der Erste? Ja gut, aber das würde mir dann ja auf der Karte angezeigt werden, ne? Aber wenn ich die Legende aufmache, zeigt er mir dieses Zeichen. Da dieser Vogel oder was das sein soll. affirme mich nicht gleichetzt. establish dieses Zeichen? dass sie sich an die Bauch請uen erinnere. Es geht darum Heißt, er hid Louis. Wo ich in die Schlucht gesprungen bin. Meinst du, wo ich beim Rutsch, ähm, beim Hochgehen, äh, Probleme hatte? Und dann hinterher mit dieser Rutschpassage. Ja, aber wo war das denn nochmal? Hier war das. Ach, da. Da. So. Hier, dat ist die. Hier. Den davor? Den hier? Okay. Ja, aber ich bin gerade am überlegen, war denn hier irgendwo eine Kiste, die ich nicht aufmachen konnte? Eigentlich nicht, ne? Aber sie hatte auch Angst, was sie anders ausfuren? Was ist für ihn? Er ist Judge Mercy. Er ist immer ein Unbezüger. Wir warten mit dir. Nein! Boah, die kann man noch mal verbessern. So, warte mal. Du kannst Gegenangriffe mit Schusswaffen durchführen, indem du nach einem erfolgreichen... Ja, das parieren, das... Wir nehmen das hier. Ey, aber das... ...triggert mich jetzt... ...mit der Kiste. Warte mal, hier waren wir, ne? Den Dorf White Bridge. Wo ist denn White Bridge? Hier. Ah, guck mal hier. Hier ist auch das Zeichen. Hier. Ja, die Frage ist jetzt, ist das hier oder ist das dann im Dorf? Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, die Kiste hab ich aufgemacht hier. Ich bin aufgemacht hier. Ja. Ich bin aufgemacht. Ja, hier ist das Ding, das gehört. Und hier ist alles, was ich... ...hier zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich wollte doch jetzt nochmal... Wo ist die Stelle jetzt? Ich wollte doch nochmal gucken, ob ich noch eine Schnitte gegen den Stein-Dingen da habe. Okay. Okay. How do you feel? Okay. 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 Jo, perfekt. Perfekt. Ja, perfekt. Das fängt doch schon mal gut an. Ah, fuck. Nicht aufgepasst. Nicht aufgepasst. Das sieht aber auch noch nicht wirklich besser aus, ne? Nicht aufgepasst. Ja. 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 Okay. Nimm doch den Eiltrank! Danke! Boah, Alter, fuckt der mich ab, ey! Oh, Alter, fuckt der mich ab, ey! Oh, Alter, fuckt der mich ab, ey! Nein! Nein! Da wäre er fast down gewesen! Jo, hell! Moin! Hast du ihn schon erlegt? Ja, perfekt! Okay. Okay. Deine Mutter, ey! Vier Stunden, okay! Ja, scheiß drauf! Ja, Hauptsache, wenn ich es mal schaffe, den irgendwann zu legen, ist da auch was Geiles in der Kiste! Okay. Ach! Da, schau! Ja! Ja, schau! Ja, schau! Ja, schau! Ja, schau! Ja, ja. Was ist das? Der ist ein bisschen nervig, der Vogel, ey. Ja, die habe ich bestimmt auch schon. Ja, ich drücke Ausweichen. Wie lange hast du für das Spiel gebraucht zum Durchspielen? Okay. Okay. Also der trifft wirklich alles, der Bastard, ey. Oh, nice. Kannst du ja noch weiterspielen oder musst du New Game Plus machen? Scheiße, nicht aufgepasst. Ah, okay. Also musst du nochmal spielen? Oder kannst du weiterspielen? Warte, ich lege sofort. Oh, shit. Ich lege das. Ich lege das. Mann! Hell, danke für deinen Follower, man. Dankeschön. Nein, 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 weg, weg, weg. Mach keinen Scheiß, Perle. Ah, okay. Ja, das ist geil. Puh, okay. Klingel des Herolds. Stufe 1. Gewöhnliche Nahkampfhafe. Dieses Schwert wird wegen seiner Geschwindigkeit und Finesse von jenen geschätzt, die sich einen Namen machen wollen. Schaden 32. Drücke R1, um einen schnellen Angriff auszuführen, dessen Schaden mit deinem Rufmultiplikator multipliziert wird. Aufgeladene Angriffe halte R1 gedrückt, damit dein Angriff deinen Rufmultiplikator erhöht. Habe ich bis zum Ende gespielt, die Waffe. Okay. Ja, dann. So. 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 So.